Leute, es gab selten so wichtige und fundamentale Entscheidungen rund um den Bitcoin, was große Institutionen und den Bitcoin betreffen. Denn tatsächlich hat jetzt BlackRock entschieden, Bitcoin in ihren 15 Trillionen Dollar großen Global Allocation Fund hinzuzufügen. Und das würde folgendes bedeuten, dass viel Geld in den Bitcoin fließt, dass viel Geld auch von weiteren Institutionen in den Kryptomarkt fließen könnte. Und das Ganze natürlich in einem sehr, sehr schlauen Preisbereich, denn wir wissen, das schlaue Geld geht nicht in den Markt, wenn wir die All-Time-High sehen, sondern das schlaue Geld kauft die schönen roten Kerzen auf den großen Timeframes und könnte dann natürlich auf Retailer dampen und so weiter. Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Wir schauen uns die Hintergründe an, in welcher Form Bitcoin gekauft werden und natürlich auch, welche Folgen das preislich auf den Bitcoin haben könnte. Denn tatsächlich, ich habe zwei verschiedene Berichte rausgesucht, denn es gibt in einem Bericht die Information, dass der Fund in Cash-Settled Bitcoin Futures investiert und dann natürlich auch noch die Version, in der geschrieben wird, dass Bitcoin Spot gekauft wird. Und wenn wir uns die Geschichte mit BlackRock und dem Bitcoin schon mal ansehen, ich glaube, da gibt es schon einige Punkte. Ich blende euch mal hier dieses Thumbnail ein und das Video hier verlinkt zu diesem Thema. BlackRock investiert in Circle. Circle ist die Firma, die USDC stellt und auch für das Backing und alles zuständig ist. Also einer der größten Stablecoins, CoinMarketCap. Also USDC auf Platz 4 aller Kryptowährungen mit 43 Milliarden Dollar. Und damals war das Thema, dass BlackRock einen 400 Millionen Dollar Fund für diese Firma zur Verfügung stellt. Das Ganze hat BlackRock natürlich auch schon mal mit einem Spot ETF in die Schlagzeilen gebracht, da sie Bitcoin Spot möglich gemacht haben. Und jetzt geht das Ganze selber so weit, dass Bitcoin in ihren eigenen Allocation Fund reingeht. Was bedeutet das zahlentechnisch? Mit diesem Move könnte BlackRock nur mit 0,32% dieses Funds alle Bitcoins kaufen, die auf den Börsen gerade zirkulieren. Das ist natürlich auch dem verschuldet, dass sehr viele Leute die Gelder und Bitcoins von den Börsen abgezogen haben. FTX und Co. Wir wissen es alle. Selber die Bitcoins auf einem Cold Storage halten. Das ist die allerbeste Lösung. Und dementsprechend ist natürlich die Zahl hier jetzt schwindend gering. Ich denke, dass wir trotzdem sehr, sehr großen Einfluss auf den Bitcoin sehen könnten. Denn wenn wir hier ein bisschen tiefer in den Bericht reintauchen, dann sehen wir, dass das Hinzufügen von Bitcoin zu BlackRock auf jeden Fall Bullish Reality ist. Und das können wir nicht mehr abstreiten. Das ist wirklich jetzt passiert. Das ist entschieden. Und wir sehen hier auch mal, ich übersetze das ganz kurz. Im letzten Jahr hat Bitcoin und sehr viele andere Kryptowährungen einen sehr großen Downtrend gesehen. Und dieser fundamentale Push könnte das Ende des Kryptowinters bedeuten. Wäre natürlich sehr, sehr gut. Der Push, dass BlackRock jetzt Bitcoin dazu nimmt in ihren Global Allocation Fund, ist vielleicht der meistbullische Trend, den es in der Realität bisher jemals gegeben hat. Weil wir alle wissen, ich glaube jeder, der sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt oder auch mit der Finanzwelt weiß, dass Institutionen dann zugreifen, wenn viele Retailer raus sind, dann natürlich auch große Gelder in den Markt kommen. Und ja, das glaube ich, haben wir alle schon sehr oft gehört. Das haben wir alle schon sehr oft für irgendwelche News verwendet, diese Phrasen, diese Wörter. Aber es geht hier um BlackRock. Und da ist es natürlich der entscheidende Unterschied, ob es jetzt irgendeine Bank macht, ob es irgendeine Sparkasse oder sonst was macht. Hier sind wir in einer ganz, ganz anderen Liga. Und wenn wir das Ganze mal vergleichen, für 15 Trillionen Dollar, hier mal in Euro angegeben, können wir auch in USD schnell wechseln, bekommen wir 88, nein, wie viel, bekommen wir 886 Millionen Bitcoin. Und wir wissen alle, es gibt nur 21 Millionen davon. 21 Millionen Bitcoin scheint für viele immer recht hohe Zahl, sehr, sehr viele unerreichbar, ist ja logisch. Die Preise würde hochgehen, wenn das jeder erreichen will. Und hier sehen wir mal die Gegenüberstellung. Es wären hier ein Kauf von 886 Millionen Bitcoins möglich. Also 40 Mal mehr, als wir überhaupt haben. Nur im Verhältnis, dass wir sehen, wie klein Bitcoin noch ist. Und ich habe auch schon sehr oft gehört von Kontakten, die vor allem in Dubai sind, die sehr viel mit Geld und Transfers zu tun haben. Dass Bitcoin als Medium für riesengroße Geldtransfers, die weit über privaten Investoren oder Firmengeldern sind, sondern Regierungsebene und Co. Bitcoin gar nicht nutzen können, weil der Preis Impact zu hoch wäre. Auch OTC ist das sehr schwer. Und Bitcoin noch ein zu kleines Medium ist für sehr, sehr große Geldtransfers. Natürlich 100 Millionen, 500 Millionen, eine Milliarde, das ist alles möglich. Aber was machst du, wenn du eben eine Trillion verschieben möchtest? Das geht so gut wie gar nicht heutzutage. Und Bitcoin ist sogar dafür noch viel zu klein. Also nur so eine kleine Zukunftsidee, wie groß Bitcoin werden könnte. Und dass ein Bitcoin auf eine Million Dollar ein realistisches Ziel ist. Dann hätten wir mit 21 Millionen Bitcoin, eine Million mal eine Million ist weiß Gott wie viel. Auf jeden Fall kommen wir da schon auf diese Nullen dann mal hin. Der Markt hat jetzt weder ultra bullish noch bearish reagiert. Wir haben jetzt eine Volatilität, die auf einem All-Time-Low ist, auf dem Bitcoin gesehen. Der Kryptomarkt spiegelt es im Gesamten eigentlich relativ gut wider, was eigentlich sehr schade ist. Aber natürlich, wir haben den Bärenmarkt jetzt miterlebt. Es ist ein sehr, sehr langer Bärenmarkt, ein Downtrend. Die Bärenmärkte in Bitcoin dauern immer so ein Jahr. Und danach ist entweder seitwärts noch mal so ein paar kritische Wigs nach unten. Aber der große Washout ist meiner Meinung nach eben schon passiert. Und das ist natürlich auch gut zu sehen. Wenn du natürlich noch nicht dabei bist, auf Twitter teile ich solche Infos eigentlich immer sofort, so gut es geht. Genauso auch wie gestern diesen Bericht, den ich gerade gezeigt habe. Die Quellen sind natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du bei den Gewinnspielen mitmachen möchtest, die ich immer mache, immer so 50 Dollar, 100 Dollar Verlosungen, das kannst du bei diesem Tweet von mir machen. Einfach einen Twitter-Account erstellen, mir auf jeden Fall folgen, kommentieren und liken. Der Tweet ist, verkaufe an die Optimisten in Bullrun und kaufe von den Pessimisten in dem Bärenmarkt zum Beispiel. Und so spielt man Bitcoin. Du musst antizyklisch handeln und hier macht es BlackRock 1 zu 1 vor, wie die Großen in so einen Markt einsteigen. Denn natürlich, sie hätten auch in einem Ultra-All-Time-High einsteigen können. Warum sie es nicht getan haben, wahrscheinlich einfach aus Gründen, weil es nicht schlau ist, hier zu kaufen. Aber ja, was passiert, wenn wir jetzt noch mal sinken? Wie sind wir darauf vorbereitet? Ich habe dazu sogar noch ein Video erstellt, was meine drei Strategien sind, dass ich den Bärenmarktboden auf jeden Fall mitcatche. Aktualisieren wir hier noch mal den Tab und schauen, ob es mir die Limit-Orders alle anzeigt. Ja, so sieht es bei mir aus. Sollten wir tatsächlich noch mal so eine rote, riesengroße Kerze bekommen, die einfach nach unten alles im Orderbuch auffrisst. Hier sind meine Buy-Sones alles voll mit Dollar und alles voll mit Bitcoins, die dann gehebelt in meinem Portfolio wären, in einem Trade wären. So sieht es bei mir aus. Also ich bin immer noch vorbereitet auf die Downside. Ich lasse mich auch von solchen News nicht zu Panikkäufen verleiten. Es ist auf jeden Fall einfach gut fundamental zu wissen, okay, mein Dollar-Cost-Average hat sich bis jetzt ausgezahlt. Bitcoin ist nicht tot und das ist eigentlich so der größte Zweifel, den viele Leute da draußen haben. Natürlich, ich glaube, bei uns unter den Leuten, die in der Telegram-Gruppe aktiv sind oder hier immer auf YouTube aktiv, Bitcoin weiterverfolgen. Da ist diese Angst nicht so groß, aber dennoch, man muss immer ein bisschen alles im Auge behalten. Den Boden catchen ist möglich, vor allem auch mit Grids, die ich am Laufen habe. Dementsprechend, so sieht es bei mir aus. Ich bin nicht 100% All-In, aber über 90% meines Geldes ist bereits wieder im Kryptomarkt mit drinnen. Wenn du in unsere Telegram-Gruppe natürlich noch dazu joinen möchtest für Diskussionen, Tipps, Fragen, Antworten und alles, der Link ist in der Videobeschreibung. Da sehen wir eine ziemlich krasse Gruppe, die jetzt im Bärenmarkt noch standhält. Grüße an alle, die natürlich jetzt noch aktiv sind in dieser Zeit. Mega, mega cool, sich da auszutauschen und immer wieder Tipps zu bekommen. Und es wird kommende Woche eine sehr große Anzahl an Airdrops geben, nicht die jetzt ausgeschüttet werden, aber wo ihr partizipieren könnt. Das ist so eine ganze Liste an Airdrops, wo ihr euch anmelden könnt, kostenlos vielleicht Tokens bekommen könnt. Der letzte Airdrop, wo ich mitgemacht habe, war ein 500$ Tenafire Airdrop. Ein Video hat es dazu gegeben. Ein paar Leute haben es geschafft, da mitzumachen. 500$ geschenkt ist natürlich passt. Also habe ich noch nie jemanden gehört, der dazu Nein sagt. Dementsprechend schauen wir, dass wir nächste Woche auch ein richtig gutes Line-Up an Airdrops an euch vermitteln können. Da bin ich auf jeden Fall mit dem lieben Mike, der auch schon in unserer Krypto-Gruppe drinnen ist. Da schickt mir immer fleißig Sachen zu. Mega großen Shoutout an dich. Wir dürfen uns nächste Woche darüber freuen. Und mit Glück ist der ein oder andere Hunderter oder sogar Tausender hier geschenkt dabei. Dementsprechend, wenn du das nicht verpassen willst, unbedingt den Kanal abonnieren. Ich danke jedem für einen Daumen nach oben. Wir sehen und hören uns dann schon im nächsten Video. Wie immer ist deine Meinung in den Kommentaren oder auf Telegram erwünscht. Dann sehen und hören wir uns. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.